Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben und willkommen zu Night Noir Lives. Auch wiederum eine Demo-Version, die ich exklusiv für euch anspielen darf da draußen, oder eher gesagt mit euch zusammen, innerhalb der digitalen Gamescom 2020. Wahnsinn, Entwickler hat mir das zugeschickt, also ein Steam-Key, und ja, da sind wir auch schon mittendrin in einem neuen fantastischen Let's Play. Wie gesagt, das ist die Demo-Version. So, und wir gehen mal auf neue Spiele einmal. Willst du das Hotel spielen? Boah, brauchen wir generell nicht unbedingt jetzt. Wenn du einmal festhängst, erinnere dich, dass es einen Story-Modus gibt unter Optionen, Hinweisbuch, Hotspot-Icon. Frohe Spielen, Miau. O-kay. Ne, Tutorial brauchen wir nicht. So. O-kay. Ist das ein Feuerkanon? Oh, das ist wirklich nicht sicher. Oh, da sind wir auch schon mittendrin. Das Ganze, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, ist ein Point-and-Click-Adventure. Und, ja, wir spielen hier so gesehen, Inspektor Miau kann man sagen. Sag ich jetzt einfach mal. So, ey, die Kaktus heißt Spike. Hallo, Spike. Okay. Wir können hier ansehen, benutzen, lecken, warum man, was, kann man den Kaktus lecken? Lecke Spike, ne, der Kaktus. Also, er nicht, okay. So. Dann wollen wir mal gucken, was uns so weit erwarten wird. Er steht voll drauf. Oh, ho, this is a trap. You're trying to trick me. Nobody ever says yes. What's your angle, huh? H71 cameras? Are you trying to expose me? I, I, I don't care. Licking isn't a crime. Ich habe eine Maske. Oh, das war schrecklich. Oh, du sagst, dass mein Maske nicht gut genug ist für Mr. Fancy hier. Ah, okay. Carl's Butter Nutter. Oh, also nenne ich meine nächste Katze. Carl's Butter Nutter. Ist ein schöner Name. Was für ein P.I. Arbeit ist, dass die P.I. 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 P.I.? Wollt ihr nicht abzuschauen? Ja, ein bisschen zu kalt. Wenn ich ehrlich bin, und das betrifft die Bälle. Das passiert mehr, als du denkst. Dann zeig mir ein Badge. Natürlich. Es ist richtig... Oh, äh, woher ging es? Eigentlich, du weißt was? Ich habe es vergessen. Die Badge sind verabschiedet. Also, keine Angst. Frau... Frau... Frau, nichts von deinem Business. Frau Business, dann habe ich einige Fragen für dich. Sie müssen erklären... Alles hier drin ist von einer Wut überkopiert. Boah, da haben wir ja noch so viele Sachen, ja? Können Sie bitte die Maske abnehmen? Ja, erstmal, ne? Man muss auch mal gucken, hier mit wem man spricht überhaupt, hier, ne? Ja... Ja, ich kann das nicht tun. Unsere Kunden erwarten es. Es regnet es. Es regnet es sich. Ja, wenn du den typischen Klientel für die Maske ist, die Maske ist calming... ... ... ... ... ... Okay, alles klar, ich wollte dir ja natürlich nicht zu nahe treten, ne? This establishment is named The Vodoo Guitar, is that right? Maybe, was it to ya? I represent the owners of The Voodoo Bar, I'm sure you're familiar, The Voodoo themed bar directly across the street from you. They feel, and I agree, that you copied not only their concept, but, well, everything, basically. Oh yeah? Ja? Sie müssen das dann prüfen, nicht wahr? Ich sehe, du bist ein Katt von irgendwelchen Verküren. Erste Erfahrungen, ist meine Meinung. Ja, das ist, von dem ich von diesem Verküren gesehen habe, wird es nicht schwer sein zu prüfen. Hast du wirklich das, das zu gehen? Du hast gar nichts für mich! Ja, wir sehen uns. Ich habe ein Verlust und Verlust von der Voodoo Bar. Wenn du nicht verliebst, werden meine Kunden dich in der Karte sehen, wo, in der Alia, du musst in ein paar sehr unkomfortvollen Städten sitzen, in einem Raum mit zu wenig Luftkonditionierung. Es ist keine Party. Okay, also generell geht es darum, dass eine andere Voodoo Bar diese Voodoo Bar verklagen möchte, weil es wohl alles so ein bisschen abgekoppelt ist. Und, äh, ja. Deswegen wollen wir jetzt hier die Gerichtsunterlagen ihr zukommen lassen, ne? Unterlassungsunterlagen, wie auch immer halt. So. Aber sie möchte halt die Papiere nicht nehmen. So. Deswegen, ähm. Deswegen guck ich mal, ob ich jetzt die Maske klauen kann hier erstmal. Weil ich glaube, sie nimmt uns nur für wirklich voll, äh, wenn wir auch eine Maske aufhaben. Warum wir an Dinge lecken können, ist mir gerade noch ein bisschen unbegreiflich. Aber okay, ne? Wunderbar, wo das geht. Na, dann geh doch mal durch da. Oh, sicher. As if this grubby do... Don't judge our doors. You don't know them. They're imported. Okay, ich sag ja schon nichts mehr. Sie wird ein bisschen aggressiver. Ja. Wir haben noch Fragen. Wir haben eine reservatische llamäne. Du hast an der Barsche, die im in dem Sack. Wir den Voodoo Platz, der nicht nötig nur cürzende Margas. Ich in dem Sack. Ich will du deine Sack. Das bedeutet, wir nicht nötig nur cürzende Margas? Firstly, that hasn't cleared anything up. Secondly, it's slander. It's true! No cursed drinks in here. That's our guarantee. The food, the guitar guarantee, yeah. You obviously just made that up. More to the point, there are no cursed drinks in my client's bar either. What even is a cursed margarita? Uh, instead of lime juice, it's got the souls of the damned. Ms. Business, my clients do not add condemned souls to their drinks, as I think you well know. Yeah, but like, how can we be sure? They don't have a sign. That's not... what? That doesn't even... I don't see any guitars in here, so your whole name is a lie. Hi. You clearly ripped off my clients entire concept and just picked a word that rhymes with bar. Guitar is a state of mind though, isn't it? The voodoo guitar is totally different from all other voodoo themed outlets. Yeah, if you ignore all the bits that are identical. Uh, uh, huh. There's a lot of fire around here. Seems pretty unsafe. Und dann brauchen wir einen Plan. Especially, given you sell quite a lot of alcohol. You gotta have fire. It's for the... The ambiance of catching on fire. Customers know the risks. We make it clear when you enter. No, you don't. It's pitch black. There's a whole lot of very loud, unnecessarily dramatic music. And fire keeps... See? You know the risks. Proves my point. Every single thing I... They must have come in and taken pictures when I wasn't looking... Uh, those... Just full of answers, aren't you? Boss? I'm just about done copying the voodoo boss menu. Die kopieren wirklich alles. Hat er grad seiner gesagt. Uh, no. It's Rats. It's Rats in the walls. Right, Rats. Right, Rats. Ja, klar. No, uh, I mean... Squeak? Take the paper. Ah, you take... Okay, alles klar. Wir gehen mal ins Nebenzimmer einmal. Es reicht mir das hier. Können wir da ins Nebenzimmer gehen? Können wir nicht. Okay. Maybe, but I have... Here are the papers. I... What if I say I won't accept the papers? That's not up to you. Ngh! The face of... Rude! Miss Business! Okay, wir müssen jetzt irgendwas machen auf jeden Fall. Okay. Was können wir denn machen? Wir können... Spider Cactus, okay. Uninteressant. Die Tiki Maske, okay. Bilder. Yeah. The most generic pictures imaginable of tropical locales. I bet you guys have seen some stuff. Hello! Anyone back here? No. Oh, sure. As if this... Don't judge. Wonder where that goes. Where the magic happens. Or... Lack there. No time to sit and have a drink. Need to get this. People sit there. They bitch! Hmm. Hmm. Mehr können wir ja hier nicht machen eigentlich. Okay. Wie können wir ihr die Papiere geben jetzt? Hmm. Ein bisschen verwirrend. So. Der Besitzer will die Unterlassungsanordnung nicht annehmen. Naja. Wenn er sie nicht haben will, dann... Wunderbar. Irgendwie unterschmuggeln. Irgendwie unterschmuggeln. Stick it on the bar like a rebel? Haha, I wish. It has to go... Hey, can you take this cease and desist from me? Uh uh, no. The boss will be mad. I mean... Squeak! I bet you never have to give out cease and desist. I can't just hang this on... Alright, fine. I... You wanna be difficult? I'll give the papers to another employee. Like this fine fellow right here. He seems reasonable. That ain't an employee. That's a cat kiss. He's got a name tag though. That'll hold up in court. Hello there, Spikey! You've been served. So, here Spike hat es jetzt entgegen genommen. Fertig. Oh, der Fall ist gelöst. Alles klappt nach Hause. Und er hat dennoch einen Namen. Ja, genau. Es lief ganz gut eigentlich, muss ich schon sagen, ne? Wissen unspektakulär, was liefe. Und er war so'n toller Typ namens Spikey. Genialer Typ. Sieht aus ziemlich putzig aus, alles. Oh, ich finde das ne süße Katzen, ja. Wissen schon, ne? Haben sie alles so ziemlich putzig gemacht? Oh, Toad named Cuddles? Well, until that hops along, I have a surprise that should cheer you up. Surprises? I love those! Tabby! Have I ever told you that your timing is perfect? I could really use a pick me up right now. I thought you might. Oh, it's waiting in your office. Go on in and I'll be there shortly. I'm just expecting a delivery. You're the best, Tabster. I know, Sir. Where are you hiding, sneaky little surprise? Oh, schönes Büro hat er. Oh, he's gonna find you. Oh, he's gonna find you. Yes, he is. Ich glaube, die Überraschung ist es genau die, die auf dem Tisch hier liegt, oder? Und was ist es? Ein neues Aufnahmegerät. Ein neues Aufnahmegerät. Ein neues Aufnahmegerät. Ein neues Aufnahmegerät. Mit über 12 Stunden der Aufnahmegerät. Mit über 12 Stunden der Aufnahmegerät. Zwei Playback-Speeden und eine waterproof-Casing. Oh, let's try this out. Dear Diarycorder. Hi there. I'm Cuddles. Your new best friend. First things first. I can't just call you Diarycorder. You need a proper name. Or people will think, I'm going to meet you all the time. I used to know a good listener named Ramon. Yeah, and he was on television too, like you. So, Ramon. Ramon. Mit dem besten Ramon geht er schon. I'm pretty sure I know why. She suggested the other day that I need to keep better records of my cases. Well, she actually said that real detectives don't just slap sticky notes on everything to remember critical details. I'm not sure I agree. I actually think the sticky yellow notes on everything system was a huge success. But she went to the effort of buying you for me, so I think we can compromise. I'll record myself with you from now on and hopefully she'll stop bringing up the time she accidentally ate a sticky note that I put on her sandwich. So, ahem. Guess I'll make this into a record for anyone researching my biography when I'm world famous. Hmm. Okay. Okay. Cuddles Nutter Butter PI is speaking. The... The Cuddernator. Nutter Butter Investigations. If you want it solved, you know who to... Involved. Involved. Cuddles! Cuddles! Sir! Professor Huggy's Delivery is here! I'll go in a second. Just grab it for me, would you? That's Tabby now. Kind of new, but determined to make a difference. Oh, gosh. Sir? Um... This is a lot more seedlings than I was expecting. The professor said it was only one or two. I think she meant to say one or two hundred. Yeah. She sure loves her plants. Any cat can solve crimes, but try finding someone who can do filing, answer the phones, and remember how you like your coffee. All right. Sir, I've piled them up for now, but we really need to... Oh, no. Sir, the pile fell over and went into the fan hut. It's blowing all over. There's just dirt and little baby plants everywhere. Oh, yeah, yeah. They'll know. That'll happen. That'll happen. To the next to my daddy. I often ask her, for a blast of cases. She might not be a detective, but she's got instincts. Sharp as her claws. Teeny bit uncoordinated, though. You, you, you! Ah! A seedling went right in my ear! Ah! It's gonna grow inside my brain! Ah! So much dirt! What's is there los? I'm on top of it, Sir! Just give me a second to clean up. Okay, all done. I'm on top of it, Sir. I love it. Thanks, Tamster. My pleasure, Sir. Office lunches are safe once more. Joe! Whiskers! There goes the phone! Hello? Oh, good evening, Chief! Yes, he just finished... Oh! Um... Yes, of course. Please hold. Oh, Telephone! Sir, I've got the Chief of Police on the line. He says it's urgent. He always says that. It was even urgent when they needed an extra person for the interdepartmental volleyball game last week. I've got sand in so many places. Ask him the phone back tomorrow, Tabby. But you were just saying that you had a finger case, right? I think this one might be pretty big. He said... Cucum... Whoa, whoa, whoa. When? Tabby? Whiskers. I've never heard him curse before. Something must be up. Alright. I guess I'd better take this. Catch him through, Sir. Oh, not a butter. Hello? Evening, Chief. How's things at Police HQ tonight? Hey, we've got a real cucumber of a situation on our hands. That's some pretty strong language, Chief. How can I help? I just got word of a situation downtown. There's been some sort of disturbance at the Nitty Kitty Club. Not clear yet what happened to me. I need you to take care of yourself and investigate. The Nitty Kitty Club sounds like a club. Isn't he a mom or something? Isn't he a mom or something? Not a mom or something. Yeah. With very many cats. I call you Montevue. Arguably the most powerful criminal in the city. It's his sleazy castle and respect. The place where the... Oh, sleazy money. My favorite. If I find any of those pot- Always the comedian, not a butter. You should be more worried about leafing with both legs. Oh. Any additional detail? One of my guys caught wind of something over the tap phone. But whatever it was, it's got Montevue in the tears. I got a call right after saying Bartholomew has booked a flight home from... We've got a very small window of time before he lands. And probably not where you come in, not a butter. I told my officers to play it very cool. You're a neutral party. You can go places and ask questions. Yes, sir. If it's such a... Not a butter. Don't make me regret calling you sept. Second? Who do you call first? Wait. Was it that hack Alfonso? You know he lost his own Clarkys for nine months once, right? Oh, he couldn't solve... Pay attention, Nutterbutter. I called you because your success rate is excellent. And because Alfonso is out of the country. I knew it. Fokus! Whatever's going down at the nitty-kitty... Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt in den Knitty-Kitty Club. Und, äh... Ja. Da gibt's so ein bisschen Stress. Und, äh... Ja. They'll help as much the repercussion... It probably involves D-Kline-Machines and barrels of acid. If it comes to that, I'd rather it be you than one of my guys. Oh, Chief, that's... Did you... Did you say... D-Kline... Misch... Well, I'll fax over the documents. I need you on this, Nutterbutter. Don't let me down. Yeah, yeah, yeah. So... I mean, how many paws are we talking about here? Like, how many paws are they going through to need a misch... Uh... Goodnight. Goodnight, Chief. Well? We've got ourselves a big one tapped. Safety of the city. Lives in the balance. So cancel my appointments and get yourself plenty of coffee. I have a feeling it's going to be a busy nu- I'm gonna head straight to the D-Kline Club to see what we've got. Th... The what? Oh, did I say D-Kline Club? That's certainly not preying on my mind or anything. I meant the Nitty-Kitty Club. Well... And I'm already ahead of you with the coffee. But... Did you say the Nitty-Kitty Club? Where all the criminals hang out? Not all of them, Tabby. I'm sure some hang out in... dark alleyways. It doesn't matter. This is really gonna put me... Hm. Oh yes, that's very exciting, sir. But those mobsters... From what I've read in the news... Keep an eye on your back out there, alright? I don't wanna see your face on the television tomorrow under the title... Missing... Presum- You'd better be standing right here... In front of me. Don't worry, Tabs. I'll be sure to come back in one pee. You both know, this place wouldn't be the... Well, true. But that's not quite what I meant. You've forgotten to pay me this week. Again. What? Ah, I just realized... You'll need all your limbs to sign a check. I'll be scared of monsters to go for the bags first, will you? Oh, Whiskers. I'm really sorry, Tabsters. I promise, this is the last time. My buddy here... Uh, Ramon... He's... He... 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 So, let's go over here. So, okay. Mehr brauchen wir ja nicht. Das überfinde nur Notiz hier. There's some writing on this. That's really high. Können wir auch ne Brezel mitnehmen? Auch hier, ne, ne? Ah, toll. Ich glaub, man kann die Brezel mitnehmen. Vor unterwegs vielleicht. So, auf... So, auf so nem Knitty-Kitty-Club. Kitty-Kitty-Kitty-Club. Citizen! Moin Meise! Please do not approach any closer. Bitte, bitte kommen Sie ihn her. This is a crime scene. That means you, Cuddles. Hey, Richard. Firstly, as I am on duty, I require you to drop the informalities. Please refer to me as Detective Krakowski. Secondly, Sitrep is a law enforcement term. You are not authorized to employ it. The situation... Ah. Auch so was soll es geben für Katzen, ne? Or I will be forced to make you step back. With force. Forcibly. I'm here on business. So, you'll just let me past. Not so fast. Do you have a PI badge and a permit? Without those two things, you won't badge? Permit? Ne Marke ohne Genehmigung brauche ich. Kann denn der... ...ne Inspektor da einfach nicht anrufen und dem Bescheid sagen, Hey, das ist ja so offiziell hier. Try and cozy a... Nobody goes inside without a private an... I am an officer of the law. The entire city. So, it's my duty to be the moral backbone of this city. Therefore, I'll ask you again. Yes. I mean... No paperwork. No. I was a bit distracted. But come on, don't be such a stick in the mud cr... That acquaintance. Distance call. You see this? I am the old. And you see that lack of bad? Move along. I'm keeping my... Okay, alles klar. Also, wir brauchen auf jeden Fall was sonst geht's nicht. Der ist ganz schön gemeiner, muss ich sagen. Der Kleine. So, die Frage ist jetzt okay. So, die Frage ist jetzt okay. Back so soon? Oh haha, very funny. You know. He's just doing his job. You know how much he loves the pack. Yeah. Well, he could take a day off now and then. He's seen me. I shouldn't need to prove it. Oh. You forgot your private investigator badge again, didn't you? That's the... Not true. Only the second. Aha. What about Monday? I had to go down to... Eh. Alright. Three times. Four, if you count the time. It's a very... Er vergisst also immer seine Marke. Okay, alles klar. So, ähm, wo ist die? Die Marke muss ja irgendwo hier drinnen sein. Bestimmt auf dem Tisch oder so. I can't be... Was ist denn alles drinnen hier überhaupt? Let me just move this piece of... This could... It's empty. Beast. See you soon. Yep. Und wo ist jetzt die Marke? Hast ne viele Knöpfe hier? Headset? Wow. Lift the headset? Then dial. I don't like to brag, but I'm pretty... Now isn't the time for... Doodling helps... Oh, my half-brother Patrick and I. He's a good one. Sein Halbbruder ist ein Hund und das verträgt sich? Okay. Warum auch nicht, ne? Kann man ja mal machen. ... ... ... ... ... ... ... Aber wo ist jetzt meine Marke hier? Hä? ... ... Auf jeden Fall schon mal nicht auf dem Schreibtisch. Auf jeden Fall schon mal nicht auf dem Schreibtisch. Okay. Ja, die Kamera ist gerade ausgegangen, ist nicht schlimm. ... ... Auf jeden Fall nicht auf dem Schreibtisch. Wo ist jetzt... Bitte schön. Ich muss nochmal fragen einmal... Wo ist denn? Oder die machen jetzt ein? Ich denke so, ich war ein bisschen distracted. Edna hasn't sent it yet, dann. I'll just give her a call and check. Oh, I can do that. Edna and I get along really well. Are you certain? Edna Honeybottom. That's her. We've got this cute thing we do, where we da- Wow, that's quite an image. But if you insist, sir, the number is bird, snowflake, mouse, bell, shell. Got it, shell, bell, well, dog. No, no, sir. Here, I'll write it down for you. Ich schreibe auf. Ach so, hab ich schon erzählt. Alles klar, gut, das geht auch. Gut, vielen Dank schon mal fürs Aufschreiben. So, und die Marke muss irgendwo in meinem Büro sein. Da auch. Natürlich, ne? Spektakulär, gut. Wo ist jetzt die Marke? Hey. My detective- Hab ich mir schon gesagt gerade, nämlich. So, jetzt noch mal kurz anrufen einmal. Irgendwo ein Headset soll ich noch mal reinmachen, oder? Ist das Headset hier nicht auf dem Boden? Ne, ne? Ne, doch nicht, okay. Lift the Headset, then dial. I don't like to brag, but... Ach, welches Headset denn, hä? Welches, welches Headset? Lift the Headset, then dial. I don't like to brag, but... Den Hörer, Hörer, Headset, hä? Es ist... Irritierend halt. So, wie war das jetzt? Ähm... Da muss ich grad mal selber gucken, einmal. The number for Edna at the police station. Bird, Snowflake, Maus, Bell, Scha... Vogel... Wat? Vogel... Schneeflocke. Schneeflocke? Äh... Maus... Maus... Ne Glocke... Glocke... Ne Muschel? Okay. Das haben die ja für Telefonnummern. Kann sich doch keiner merken, ja? Also... Kann ich gar nicht lesen gerade meine eigene Schrift hier, okay? Ähm... Vogel... Vogel... Ich hab hier ein Schmetterling drauf. Achso... Ah, das soll ein Vögel sein. Okay, alles klar, gut. Vogel... Schneeflocke... Maus... Die Glocke... Und die Muschel... Was ist die Muschel hier? Atta. Spektakulär! Hallo? Hey Edna, it's me, Cuddles. How are you? Horrible. Oh, no. What happened? You phoned me. Was soll das heißen hier? Nur wo wir angerufen haben? Good one. So, listen. I'm following up on... Irritating and tiresome? Yes. Yes, exactly. Ooh. You got me again. Mensch, Edna ist ja so ne richtige Spaßkanone, ne? No. I do all my faxing in the morning. Oh. I kinda really need them now. Kru... Krukowski will... Fine. Thank you, Edna. Whatever. Hey! Constable Frangipane! I need to talk to you! Okay. Okay, dann gehen wir mal zu unserer lieben Sekretärin. Das Fax müsste ja vielleicht gleich da... Wo haben wir hier ein Faxgerät eigentlich? Ach so. Mensch, das geht aber schnell. Und auf geht es! Zum Kittel, Kuddel, Kuddel, Kuddel... Knidikidiklub, hab ich gesagt. Richtig. So, jetzt aber hier. Can't really use it on its... Jetzt ist es hier nämlich offiziell. Hm. I actually... What? The corpse is cooling, Kuddel. The crime scene... At least I can get to work. Now... The law thanks you. The law is a... A... Citizen? A... Lovely. The law... Haha! The law... Oh, and... One more thing, Kuddel. I'll be... Don't want you... Persuading... Your way into any other place. Der ist ganz schön frech der kleine. Ramon, I'm in. The club looks deserted, though. Da ist englisch auf einmal. Ah, okay. Ich kann nix machen gerade. Warte. Cancel my appointments and get yourself plenty of coffee. I have a feeling it's going to be a busy night. Nine Noah lives. Spektakulär. Ja, alles weitere findet ihr in der Videobeschreibung, würde ich sagen. Das war's heute mit Nine Noah lives. Die Demo-Version. Ähm... Alles weitere zum Spiel findet ihr natürlich wiederum unten in der Videobeschreibung. Und ja. Auf jeden Fall. Ziemlich... Ziemlich... Ein ziemlich putziges Spiel auf jeden Fall. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Joa. Die Texte sind, finde ich persönlich, etwas zu lang gehalten. Die Texte. Ähm... Da bin ich bei Point-and-Click-Event immer so ein bisschen ungeduldig. Muss ich schon ehrlich sagen. Aber ja. Wenn euch das gefallen hat. Unten rechts. Abonnier-Button. Rauf. Clashen, dashen, smashen. Damit ihr nichts mehr passt von mir, Game of Ben. Und von anderen tollen Videos. Und äh... Joa. Bleibt in Zukunft natürlich immer schön flauschig, gesund. Und natürlich bis zum nächsten Mal bei Game of Ben. Und bis dann natürlich immer schön weiter zocken. Also... Haut's rin!